Tief im Wald in der Nähe eines schönen Sees lebte ein Wolf. Ein hungriger Wolf, dessen Magen knurrte. Er hatte ein Auge auf drei schmackhafte junge Schweine geworfen und wartete auf eine Gelegenheit, sie zu fangen, um sie zu seinem Abendessen zu machen. Das Älteste der Schweine war gärig und gefressig. Er aß immer das Essen seiner Brüder und teilte sein eigenes Nie mit ihnen. Hey, der Apfel gehört mir. Ich hebe ihn mir für später auf. Ein gieriges, gefressiges Schwein, hm? Ich wüsste, wie ich eins fangen kann. Der böse Wolf legte einen der Lieblingsäpfel des gefressigen Schweins auf den Waldweg und er stellte eine Falle am Ende der Straße auf. Und jetzt isst ganz viele von den Äpfeln, damit ich satt werde, wenn ich dich fresse. Das riesige, gefressige Schwein war überglücklich, als es auf dem Heimweg bemerkte, dass es viele verschiedene Äpfel auf dem Boden liegen hatte. Oh, meine Lieblingsfrucht! Was ist das? Noch ein Apfel! Was? Was? Es gibt so viele Äpfel hier? Ich muss sie alle mitnehmen, bevor meine Brüder sie sehen. Denn sie gehören mir! Als das riesige, gefressige Schwein den letzten Apfel pflücken wollte, zog der Wolf an der Schlinge und ein riesiges, schweres Netz fiel auf das Schwein. Obwohl sich das Riesenschwein wehrte, konnte es nicht aus dem Netz entkommen. Hilfe! Hilfe! Was ist los hier? Hilfe! Du bist in meine Falle gegangen. Ich nehme dich mit nach Hause und fresse dich, du gefräßiges kleines Schwein. Zu dieser Zeit hörten die Schweinebrüder, die sehr hungrig waren, die Stimme ihres Bruders. Hilfe! Hilfe! Lass mich gehen! Hilfe! Als sie in großer Eile zur Waldstraße eilten, sahen sie, dass der böse Wolf ihren großen, gierigen Bruder gefangen hatte. Oh nein! Wir müssen ihn retten! Aber ich bin nicht stark genug. Ich habe Angst vor dem großen Wolf. Trotz allem beschlossen die tapferen kleinen Schweine, ihren Bruder zu retten. Sie folgten ihm, als der Wolf das Riesenschwein in seine Höhle brachte. Müde vom Tragen des Riesenschweins schlief der Wolf ein. Psst! Hey! Hallo! Ist da jemand? Psst! Sei still! Wir sind gekommen, um dich zu retten! Hm. Die Schweinebrüder versuchten, den Wolf zu schubsen, um ihren Bruder zu retten. Aber sie konnten es nicht, weil sie nicht stark genug waren. Wenn du uns die Äpfel gibst, die du in der Tasche versteckt hast, können wir vielleicht unsere Kräfte sammeln und dich retten. Nein, die gehören mir. Wenn ich hier rauskomme, esse ich sie alle alleine. Ah, der Klang der Schweinchen. Die Stimmen verfolgen mich im Traum. Ich werde sie alle fressen. Eins nach dem anderen. Dann gehen wir eben. Und du bleibst hier bei diesem Wolf. Das Riesenschwein war endlich überzeugt. Äh, warte, warte. Okay, nimm sie. Aber einen behalte ich für mich. Schweinchen? Ah, okay, na gut. Nimm sie alle. Die Brüder aßen das Essen, das ihnen das riesige, gefräßige Schwein gab. Und konnten den Wolf schließlich zur Seite schieben. Gemeinsam schafften es die drei Schweinebrüder, das Riesenschwein aus dem Netz zu befreien. Und das mit großer Mühe. Dann kehrten sie schnell nach Hause zurück. Als der böse Wolf erwachte, war er sehr wütend, weil das Schwein entkommen war. Ah, niemand stehlt mir mein Essen. Das riesige, gefräßige Schwein verstand, dass das Stehlen des Essens anderer Leute eigentlich Gier war. Und von diesem Tag an teilte er gerne alle seine Lieblingsspeisen mit seinen Brüdern. Vor allem diese schönen, bunten Äpfel.